Was geht ab Leute? Neulett Games hier und willkommen zu einer weiteren Wochenvorschau, wo ich erzählen werde, was ich letzte Woche so gezockt habe, was die Woche noch so kommt. Und heute machen wir keine traditionelle Wochenvorschau, sondern da ist ja die letzte Wochenvorschau. In diesem Jahr habe ich mir gedacht, wir machen heute mal einen Jahresrückblick. Und zwar werde ich über alle Spiele sprechen, die ich Let's Played habe und noch ein paar mehr und das sind wirklich eine Menge. Und zwar habe ich hier einmal diesen Haufen. Das ist einmal ein Haufen. Und dann habe ich einmal diesen Haufen an Spiele. Und das sind noch lange nicht alle, denn ich habe mir ja noch Spiele bei Steam und Origin gekauft und die ganzen habe ich mir natürlich da unten noch aufgeschrieben. Hängt wunderschön über meine Kamera, damit ich ganz genau weiß, was habe ich dieses Jahr gezockt. Und das sind wirklich eine Menge. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber es wird schon ziemlich lange dauern. Vielleicht teile ich das Ganze nur in zwei Parts oder ich rede kurz über jedes Spiel, denn ich werde garantiert nicht wirklich alles über das Spiel wissen, denn diese Spiele liegen meistens schon Monate zurück. Und müssen wir einfach gucken. Ich habe die Spiele jetzt nicht in einer gewissen Reihenfolge da hingelegt, sondern einfach, wie ich sie gerade so aus der Schublade gegriffen habe, einfach so da hingelegt. Und wir werden so ein bisschen über die Spiele sprechen. Und was so in der Zeit so passiert ist, falls mir da irgendwas noch zu einfällt oder so, müssen wir mal ein bisschen schauen. Denn 2013 war wirklich ein super Jahr fürs Gaming und es war wirklich absolut genial. 2014, der Januar wird ein bisschen trockener. Da weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich spiele. Denn alles, was ich bisher gesehen habe, was mir so ein bisschen zuspricht, war jetzt das... Ja, was war das? Noch mal eine gute Frage. Moment, ich habe es gerade hier aufstehen. Das war das Dragon Ball Spiel. Im Januar, es kommt wirklich kaum was. Ähm, wir haben Metal Gear Rising Revengeance, natürlich für den PC, aber das habe ich ja natürlich schon letztes Jahr gespielt. Wir haben die Tomb Raider Edition für Playstation 4 und Xbox Online. Ähm, Might & Magic 10 kommt raus. Legacy ist eine Fortsetzung zu der Might & Magic Reihe, die vor... Oh, ich meine das letzte Might & Magic, das war 2006, so ein bisschen mehr Action angehaucht. Das fand ich sehr schön. Und davor war das so richtig, äh, starkes Rollenspiel und so. Da kam ich aber nicht klar. Das war so irgendwann in den 90ern oder so. Und, äh, ansonsten, Assassin's Creed, äh, Liberations, äh, haben wir noch Liberation HD. Was natürlich für die, äh, PSP, meine ich, rauskommt. Oder PS Vita, ich meine PS Vita. Ähm, wirklich trocken der Januar bisher, muss ich sagen. Also müssen wir mal schauen. Aber ich habe auf jeden Fall noch eine Menge, Menge Spiele. Äh, äh, bei Steam auf jeden Fall, die ihr noch nicht gesehen habt und die ich auch bei den Steam Sales gekauft habe. Also, der Januar ist auf jeden Fall gedeckt. So viel ist, so viel ist auf jeden Fall schon mal sicher. Ähm, kleine Anmerkung noch, weil es sich ein bisschen stocken sollte oder so. Ich habe mich mal wieder volle Pulle erkältet. Manchmal habe ich echt das Gefühl, dass ich, äh, nur im T-Shirt draußen bin. Was natürlich nicht der Fall ist. Boah, das nervt mich extrem. Aber nichtsdestotrotz ziehen wir es durch. Wir fangen an. Bioshock Infinite. Dö, 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 dö. Ähm, muss ganz ehrlich sagen. Und, ähm, das sage ich wirklich nur ein bisschen ungern. Ich war von Bioshock Infinite gar nicht so angezahnt. Ich mochte das Setting ehrlich gesagt nicht wirklich so sehr. Ähm, nicht falsch verstehen. Ich mochte Bioshock Infinite definitiv. Aber das ganze Setting so, dieses Helle, dieses nicht so wirklich Düstere. Das in den Wolken haben wir am Anfang gar nicht so zugesagt. Aber dann, wo ich es gespielt habe, habe ich mir so gedacht, okay, super cool. Ist nicht so cool wie Rapture, finde ich. Ähm, alles was da unten so war, äh, unter Wasser, so schön düster und so. Mit den Splice, das war schon eine ziemlich tolle Sache damals in Bioshock. Ähm, Bioshock Infinite definitiv ein cooles Spiel. Da kann man hundertprozentig zuschlagen. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Äh, mit dem DLC bin ich absolut nicht einverstanden. Das geht noch nicht mal zwei Stunden, meine ich. Das mit Elizabeth und das kostet gerade mal 15 Euro. Sehe ich absolut nicht ein, das zu bezahlen. Ähm, ansonsten kriegt ihr hier wirklich ein cooles Spiel. Und, ähm, zieht euch einfach mal rein. Ich kann wirklich nicht so viel über das Spiel sagen. Denn das meiste habe ich, ehrlich gesagt, schon vergessen. Aber es war ziemlich cool. Gerade mit dem Songbird und wie wir Elizabeth komplett durch die Stadt begleitet haben. Und wie wir sie halt von dem Songbird beschützt haben. Das war schon ziemlich nett, muss ich auf jeden Fall sagen. Aber vom Setting her mochte ich doch das allältere Bioshock ein bisschen mehr. Okay, kommen wir jetzt zu einem Spiel, ähm, was ich Anfang des Jahres gespielt habe. Das war eines der aller, aller, allerersten Spiele. Ich meine sogar noch vor Devil May Cry. Devil May Cry kam am, ähm, kam Ende Januar 2013 raus. Und ich meine, das kam ein bisschen eher. Anarchy Reigns. Ich meine, ich habe es auch nicht durchgespielt. Und hier ist nochmal, äh, eine kleine Info zu den Spielen, die ich nicht durchgespielt habe. Und zwar, wenn ich Spiele nicht beende, die Let's Plays. Und auch wirklich nicht darüber spreche. Finde ich diese Spiele absolut grottenscheiße schlecht. Auf jeden Fall. Ähm, da bin ich wirklich schon so genervt worden, dass ich da einfach, ich lasse es einfach sein. Ich lasse es einfach stehen und liegen. Und habe auch wirklich keine Info gegeben. Das werde ich nächstes Jahr jetzt ändern, weil das ist ein bisschen blöd, wenn ich nichts dazu sage und einfach, äh, aufhöre komplett. Ähm, aber Anarchy Reigns war auch so ein Spiel. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es nicht durchgespielt. Ich glaube nicht. Ähm, es gibt eine gewisse Fanbase für solche Spiele. Äh, äh, und ich, ich weiß nicht, wie man dann sowas, ehrlich gesagt, Spaß haben kann. Das sind komische Minispiele mit abgedrehten Charakteren. Komisches Kampfsystem irgendwie. Technisch auch nicht so wirklich auf dem neuesten Stand. Ähm, ist von Sega. Platinum Games hat es, äh, gemacht. Und mochte es einfach nicht. Mehr kann ich auch ehrlich gesagt dazu nicht sagen. Äh, komische Schlägereien, äh, mit abgedrehten Charakteren auf jeden Fall. Also, Anarchy Reigns, pfff, nichts für mich, auf gar keinen Fall. Ähm, kommen wir zu einem Spiel, was ich abgeschlossen habe, weil ich doch ein bisschen davon angetan war. Und dann habe ich mir so gedacht, wow, äh, nö, irgendwie ja nicht. Äh, Aliens Colonial Marines, auch ein grottenschlechtes Spiel, aber ich wollte es unbedingt durchspielen. Denn ich finde, dieses Spiel muss man einfach durchspielen. Ich habe es in meiner Top Ten auch gesagt, ähm, von wegen, ja, ähm, es ist ein super, super gutes Spiel. Erzähl die Leute, die meine Top Ten gesehen haben, die wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Falls ihr meine Top Ten noch nicht gesehen habt, checkt die auf jeden Fall mal. Alle zehn Videos sind hoch. Und nochmal großes Dankeschön an der Stelle. Ihr habt das wirklich tot geguckt und, äh, es ist wirklich absolut der Wahnsinn gewesen. Okay, das ist sogar die Limited Edition, die ich hier bekommen habe, für denselben Preis, äh, wie die ganze Standard Edition. Aliens Colonial Marines, da wurden, wir haben, Gearbox hat uns da so viel versprochen, kann ich mich erinnern. Ja, tolle Grafik und das soll ja richtig, ähm, man soll da richtig so in die Welt reingezogen werden. Alles sollte so düster wirken und, äh, einfach nur so, wie halt in den Alien-Filmen. Und was wir hier bekommen haben, ist ein absolutes, liebloses, hingeklatschtes Spiel mit, äh, schlechten Charaktere, mit absolut widerlichem Dialog, kann man einfach nur sagen. Schlecht vertont. Und grafisch ist das Spiel grotten, grotten schlecht. Auf dem PC sieht es wahrscheinlich ein bisschen besser aus, aber ich habe es nicht gesehen. Ähm, das kann man ehrlich gesagt brupp in die Tonne kloppen. Also ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber, boah, das war eine herbe Enttäuschung. Ich meine, das war auch schon eine längere Zeit, äh, angekündigt worden. Ich meine, schon etliche Jahre wurde darüber gesprochen, bin mir aber nicht sicher. Aber das Spiel nicht kaufen, bloß nicht kaufen. Das ist wirklich super, super schlecht. Ähm, da will ich auch keine weiteren Worte drüber verlieren. Äh, eines der größten Enttäuschungen überhaupt, denn ich habe die Alien-Filme gesehen und ich finde die wirklich sehr cool. Ähm, ist auch wirklich egal, wie alt die sind, die Effekte, die da sind, die sind wirklich bahnbrechend gewesen. Für die damalige Zeit und die kann man sich auch heute noch wirklich sehr gut anschauen. Aber Aliens, Colonial Marines, äh, nicht, 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 nicht angucken, nicht irgendwie kaufen oder so. Es ist wirklich schlecht. Auch der Multiplayer macht das nicht besser. Okay, kommen wir zu einer, äh, ja, kommen wir zu einer weiteren Enttäuschung, kann man quasi sagen. Für mich als Gears-Fan auf jeden Fall. Gears of War Judgment kam im März raus, vollkommen uncut. Die ersten beiden Teile kamen nicht in Deutschland raus, die wurden indiziert. Was ich persönlich sehr schade finde. Aber ich kann es verstehen irgendwo. Aber ich kann es auch irgendwie nicht verstehen, dass dieses Spiel dann halt in Deutschland erschienen ist. Ich meine, ich habe jetzt hier die Peggy-Version, aber die USK-Version ist auch in Deutschland erschienen. Ab 18 natürlich. Und, ähm, als Gears-Fan kann man erstmal sagen, gut, Singleplayer lassen wir erstmal dahingestellt. Ähm, ihr schlüpft natürlich in die Rolle von Bert und durchlebt dann halt, also ich mehrere Charaktere, die Geschichte. Ihr steht vor so einem Gericht. Will auch nicht zu viel darauf eingehen. Ähm, was ich an Judgment überhaupt nicht mochte, war der Multiplayer einfach. Die, wie sich die, wie sich die Shotgun angefühlt hat. Ähm, die haben auch wieder die Dedicated Server weggezogen nach dem Launch. Also man kann das Spiel auch teilweise gar nicht richtig spielen. Das war auch schon mit Gears of War 3 der Fall. Und jetzt haben die das mit Judgment, meine ich, auch gemacht. Es ist einfach nur, äh, eine Tragödie, kann ich nur sagen. Und mir hat der Multiplayer absolut keinen Spaß gemacht. Und ich denke, das war nur ein Cash-In für Epic Games von wegen, jup, Prequel. Hey, davon haben wir ja super viele eigentlich auch bekommen dieses Jahr. Und, äh, Judgment musste natürlich auch daher. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ich habe das Spiel gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Aber, äh, was, wie ich den Multiplayer einfach erlebt habe und den Singleplayer, da hat man schon gemerkt, Cash-In, pures Cash-In. Die wollten Geld mit der Serie nochmal machen. Und viele, viele Fans wurden enttäuscht. Ähm, der Horde-Modus fehlt komplett in dem Spiel. Der wurde durch so einen Survival-Modus ersetzt mit verschiedenen Klassen. Und all diese Sachen, also wirklich, wirklich ein Letdown, kann ich nur sagen. Okay, nächstes Spiel, eines der besten Spiele diesen Jahres überhaupt. Und meiner Meinung nach auch das Beste, was Naughty Dog je gemacht hat. Nämlich The Last of Us. Oh mein Gott. Wirklich ein super geiles Spiel. Ähm, ich werde auch hier nicht so wirklich tief darauf eingehen. Denn The Last of Us war wirklich ein sehr gutes Spiel. Sehr emotional auf jeden Fall. Sehr viel Gefühl reingebracht. Und ihr könnt wirklich denken, was ihr wollt. Ich finde, die deutsche Synchro ist wirklich sehr gelungen für das Spiel. Also, ähm, das ist wirklich absolutes Daumen hoch, auf jeden Fall. Ich fand die deutsche Synchro zu The Last of Us richtig, richtig gut. Ähm, jedem das Seine, kann man nur sagen. Ich hätte es auch in Englisch gespielt, hätte ich kein Problem mit. Aber ich wollte es in Deutsch spielen. Und, ähm, die deutsche Synchro hat mich doch sehr überrascht, muss ich sagen. Gefühlvolle Geschichte geht über zwölf Stunden, was ich sehr cool finde. Es ist brutal ohne Ende. Ihr müsst schleichen. Ihr könnt euch verschiedene Sachen bauen. Ähm, die Klicker sind wirklich einfach nur super, super heftig drauf. Die Klicken laufen hier so schütteln rum und beißen euch voll in den Hals. Äh, The Last of Us war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Und wenn ihr es noch nicht gespielt habt und eine PS3 habt, kaufen. Kaufen, 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 kaufen. Sehr geiles Spiel. Okay, nächstes Spiel. Devil May Cry. Da haben wir es endlich. Bekämpft eure Dämonen. Da war ja so eine Aufruhr von wegen der neue Dante. Oh, der sieht aus wie ein Emo. Da kann man nur gar nicht spielen und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den neuen Dante auch nicht. Sicherlich, beide sind okay. Kann man spielen. Aber ich mag den neuen Dante absolut nicht. Denn, ähm, das ist ein ganzes Auftreten. Der ist, das ist ein arroganter Typ. Der sieht so schmächtig aus. Der ist gar nicht so ein Badass wie der alte Dante mit den weißen Haaren. Und, ähm, das hat mich doch ehrlich gesagt ziemlich gestört. Leute, die jetzt nicht die Devil May Cry Serie kennen und die alten Teile nicht gespielt haben, die werden sich, die werden sich über das Spiel hundertprozentig freuen. Aber, ähm, hier wurde so ein richtig, richtiger Stereotyp, kann man eigentlich sagen, reingepackt. Äh, damit das, äh, einfach mehrere Leute, beziehungsweise viele Leute mögen, habe ich hier so das Gefühl. Damit sich das Spiel auch wirklich gut verkauft. Ich finde es schade, der alte Dante war nach wie vor Nonplusultra. Der war so cool. Der hatte so geniale Sprüche drauf. Und ich kann ehrlich gesagt nichts mit dem neuen Dante anfangen. So arrogant, wie der auftritt. Und wie dem alles scheißegal ist. Ähm, passt zur heutigen Zeit, kann man sagen. Aber, äh, nichts für mich. Definitiv nichts für mich. Aber das Spiel war gut. Das darf ich nie vergessen. Das Spiel war auf jeden Fall gut. Es hat Spaß gemacht, die ganzen Kombos zu machen. Der Soundtrack war sehr cool. Ähm, von irgendwelchen berühmten Künstlern wurde der auch gemacht. Der war auf jeden Fall sehr cool. Also, nicht, weil ich den Hauptcharakter jetzt nicht mag, ist das Spiel scheiße. Im ganzen Gegenteil, ähm, das Spiel ist sehr gut. Hauptcharakter ist mies. So viel dazu. Okay. Nächstes Spiel, Rise, Son of Rome. Ich fand's auf jeden Fall gut. Es hat, äh, sehr viele negative Kritiken bekommen. Warum, weil ja alles, äh, komplett wiederholt wird. Man geht ja nur hin und schnetzelt die kaputt. Und man macht das ja die ganze Zeit. Da frage ich mich immer nur, ähm, ganz im Ernst, so. Was haben wir damals gemacht? Wir haben Contra gespielt. Wir haben auch die ganze Zeit Aliens bekämpft. Und, ähm, jetzt ohne Mist, wir laufen hier rum und schnetzeln die ab. Das ist super cool. Das macht auch Spaß. Es ist kein Over-the-Top-Triple-A-Titel oder was. Aber es macht Spaß. Und man kann sich's definitiv mal reinziehen. Also, Rise, Son of Rome. Kaufempfehlung auf jeden Fall. Natürlich als Starttitel für die, äh, Xbox One. Es, ähm, kann vielleicht sein, dass die meisten Leute das Spiel vielleicht nicht mögen. Äh, genau wegen den Sachen, die ich gerade genannt hab. Aber es ist wirklich ein solides Spiel. Und man kann nichts über das Spiel wirklich sagen. Okay. Jetzt ist das Spiel. The Wonderful 101. Hab ich auch gespielt. Und, ähm, hab's natürlich nicht beendet. Ich hab erst gedacht, das ist der Hit schlechthin. Durch der Hit schlechthin. Und ich fand das so cool, diese ganzen Superhelden und was man da für Moves und Attacken ausführen konnte. Und dann hatte ich's in der Hand. Hab's gespielt. Und, ähm, mir ist direkt aufgefallen, diese ganzen Moves, die man machen will. Man muss ja diese Kreise zeichnen, damit die sich in eine Faust verwandeln. Schwert ist natürlich ganz einfach. Einfach einen langen Strich machen. Und da verwandeln die sich in ein Schwert. Teilweise hab ich das Gefühl, das funktioniert nicht richtig. Ich drehe meine Sachen da wirklich. Ich mach ganz präzise und langsam. Und man muss es relativ schnell machen. Sonst, äh, bricht der automatisch wieder ab. Um diese ganzen, äh, Fäuste und was nicht alles zu machen. Und das hat mir wirklich so ganz, ganz heftig den Spielspaß vermisst. Ansonsten ist das Spiel eigentlich relativ cool. Aber ich konnte deswegen eigentlich nichts mehr mit dem Spiel wirklich anfangen. Äh, kann auch wirklich nichts darüber so sagen. Denn ich hab's auch nicht wirklich weit gespielt. Ich hab ein paar Bosse gesehen. Das war ziemlich cool. Das mit den ganzen Superhelden. War schön verpackt. Aber, äh, die Störung hat mir das doch sehr vermisst auf jeden Fall. Okay. Dann haben wir Rayman Legends. Und, ähm, das Spiel ist ultra lang. Ich hab's auch nicht beendet. Denn, ähm, nicht, dass das Spiel schlecht ist oder so. Ich weiß nicht irgendwie. Ich bin Rayman-Fan geworden seit dem Spiel. Denn es ist wirklich so gut geworden. Das Spiel hat sich relativ schlecht verkauft. Und, ähm, ich denke, das hat eigentlich damit was zu tun gehabt, dass die, ähm, es die ganze Zeit verschoben haben. Und die Leute hatten das nicht auf dem Radar. Deshalb hat's keiner gekauft. Aber es ist ein saugeiles Jump'n'Run ohne Mist. Sehr viele Geheimnisse. Super coole Bosse. Tolle Grafik. Sehr abgedreht. Macht eigentlich super viel Spaß. Aber, ähm, ich weiß nicht. Vielleicht ging's den meisten auch so, die es gespielt haben. Irgendwann ist so die Luft irgendwie so raus. Keine Ahnung. Ich kann's nicht beschreiben. Und, äh, es ist irgendwie in die Vergessenheit geraten. Ganz komisch auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, ein cooles Spiel. Kann man auch definitiv zu, ähm, zwei, zu dritt oder zu viert. Bis zu fünf Spieler lese ich hier gerade. Okay, wow. Das ist eine Menge. Also, Rayman Legends auf gar keinen Fall schlecht. Aber, weiß nicht. Da ist irgendwie so ein bisschen die Lust verloren gegangen bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, reden wir jetzt mal über die Spiele zuerst, die ich hier nicht liegen habe. Und zwar Dead Space 3. Ich hab so eine riesige Liste und da sind noch eine Menge Spiele drauf. Ich kann gar nicht glauben, wie viele Spiele dieses Jahr überhaupt rauskamen und wie viele ich Let's Played hab davon. Wahnsinn. Dead Space 3. Ich hab, bevor wir Dead Space 3 gestartet haben, ähm, hab ich eins und zwei noch gespielt. Das fand ich wirklich sehr cool, dass ich das noch gemacht habe. Denn ich hab den zweiten Teil nie gespielt, nur den ersten. Den hab ich jetzt mittlerweile, glaub ich, dreimal durch den ersten. Ähm, Dead Space 3 ist sehr cool. Horror auf jeden Fall rausgenommen, mehr Action reingepackt. Ich hab's im Coop-Modus gespielt und hier ist eine lustige Geschichte dazu. Und zwar hab ich, ähm, drei Stunden am Stück einmal aufgenommen, weil ich das Spiel fertig haben wollte einfach für euch, damit ich die ganzen Videos hochknallen kann. Und zwar hat ein guter Kollege ja mit mir gespielt und, ähm, ich hab auch alles schön eingerichtet und ich war mir sicher, ich hab alles gemacht. Wir spielen die drei Stunden, wir beenden das Spiel, ich freu mich volle Pulle und stell dann fest, ja, ähm, Irgendwie hab ich nicht die Audiospur mit aufgenommen und ich so, nein. Das heißt, wir durften die letzten drei Stunden nochmal spielen und dann war wirklich vorbei mit Dead Space. Da hab ich mir so gedacht, okay, jetzt reicht's, das war's mit Dead Space. Aber ein cooles Spiel, ihr könnt euch da Waffen bauen und was nicht alles. War wirklich sehr cool, aber das mit den drei Stunden aufnehmen und dann muss ich die drei Stunden nochmal aufnehmen, das hat so dermaßen gesackt, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, Dead Space 3 ist kein schlechtes Spiel, also haben wir es eigentlich nochmal, äh, sehr gerne gemacht. Okay, StarCraft, dieses Jahr kam's auch nochmal raus, Heart of the Swarm, hab ich mir aus dem, ähm, wo hab ich's mir eigentlich geholt, ich weiß es gar nicht mehr, ich mein, aus dem Blizzard-Shop. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ich mein, Blizzard-Shop. Ähm, Heart of the Swarm, ich spiel StarCraft nur noch wegen der Story, ich kann nichts mit dem Multiplayer anfangen, weil ich ganz, ganz, ganz genau, äh, eigentlich, was heißt weiß, aber ich hab immer das Gefühl, Blizzard hat keine Ahnung, was Balancing angeht, äh, denn ich find manche Rassen in StarCraft und auch in WarCraft 3 damals sind dermaßen im Balanced, äh, dass man wirklich kaum eine Chance hat. Wirklich, ich hab das Spiel lange gespielt und ich hab so das Gefühl, zum Beispiel Zerg. Zerg ist, find ich, total überpowered, meiner Meinung nach, und ein Terraner muss einfach so viel machen, damit der wirklich am Ball bleibt. Meine Noob-Meinung dazu, äh, deshalb kann ich, ehrlich gesagt, nichts mit dem Multiplayer anfangen. Aber Heart of the Swarm hat nochmal richtig schöne Geschichte erzählt um Kerrigan und das hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. Nächstes Spiel, Sniper Ghost Warrior, ähm, mit der Cry-Engine programmiert auf jeden Fall, gemacht. Sehr schicke Spiel, sieht cool aus, man muss genau die Flugbahn berechnen, man kriegt auch Hilfen angezeigt, wenn man den leichten Schwierigkeitsmodus nimmt, äh, den hab ich genommen, weil teilweise ist es echt wirklich, wirklich, wirklich knifflig, ähm, diese ganzen Sachen herauszufinden, da muss man wirklich schon genau planen und genau den Schuss auch wirklich, ähm, soll ich sagen, man muss es einfach genau, man muss einfach genau ziehen, man muss den Wind berechnen, alles mögliche. Und, ähm, das war schon relativ cool, aber so das Spiel an sich, wenn es günstig ist, kann man da definitiv zuschlagen. Also es ist kein Over-the-Top-Titel, aber es hat definitiv sehr viel Spaß gemacht. Okay, Dead Island Riptide, Dead Island Riptide, ich kann ehrlich gesagt mit Dead Island nichts anfangen. Das, was uns versprochen wurde, dieses, ähm, krasse, emotionale, so wie wir es im ersten Trailer zu Dead Island gesehen haben, kam überhaupt nicht vor in Dead Island, es war wirklich ein Korbgemetzel, was relativ viel Spaß gemacht hat, relativ viel Bugs auch reingepackt hat, und ich muss sagen, die Entwickler haben es tatsächlich geschafft, Riptide schlechter zu machen als den ersten Teil. Keine Ahnung, wie man das anstellt, aber die haben es auf jeden Fall geschafft, ich konnte mit Riptide nichts anfangen, so wirklich. Ähm, wenn ich wirklich irgendwas starte, irgendein Projekt, dann bin ich meistens so hochgelebt, ich kann es kaum erwarten, kaum erwarten, und dann ist man so mitten im Spiel und denkt sich, wow, was für ein Schrott. Aber ich habe es definitiv durchgezockt und, ähm, bin auch froh, dass ich es fertig habe, denn Dead Island Riptide ist wirklich, äh, einfach nur, hat sich gezogen wie Kaugummi. Fand ich nicht wirklich toll. Kommen wir zu einem der geilsten, ähm, DLCs diesen Jahres, wenn nicht überhaupt, denn Far Cry 3 Blood Dragon fand ich wirklich so dermaßen cool. Es hatte so diesen 80s Flair einfach, so 80er Jahre Style mit Neon überall und abgedrehten Waffen und was nicht alles. Ähm, das DLC fand ich wirklich sehr, 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 sehr cool. Dann haben wir Metro Last Light. Metro Last Light, ein sehr cooles Spiel. Ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der größte Fan von Metro auf jeden Fall, denn, ähm, das ganze Setting ist zwar cool, aber es ist so ein Shooter, was, weiß ich nicht, so... Äh, ich hab dafür einfach keine Worte. Es ist einfach nicht so mein Fall, äh, Metro Last Light hat aber definitiv Spaß gemacht. Man kann sich entscheiden, schleicht man da durch, ähm, schleicht man durch und killt die Leute oder rennt man da durch wie Rambo. Man hat's in der Hand, man kann da wirklich viel machen. Licht spielt da eine große Rolle auf jeden Fall und, ähm, Geister überall, manchmal in diesen verlassenen Tunneln. Ist auf jeden Fall cool, aber nicht so wirklich mein Fall. Resident Evil Revelations wurde vom 3DS auf die großen Konsolen gebracht, auch für den PC. Hab ich gezockt und, ähm, hat Spaß gemacht, aber, äh, naja, ich find die neuen Resident Evil Teile ehrlich gesagt nicht so toll. Dann haben wir noch Remember Me. Remember Me war wirklich ein okayes Spiel, so kann man sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, von wem das entwickelt wurde. Kann mich auch ehrlich gesagt kaum daran erinnern. Wir haben auf jeden Fall irgendeine Frau da gespielt und wir mussten durch so eine Stadt laufen, die relativ cool designt war. Ähm, Kampfsystem war okay. Einfach ein okayes Spiel. Also, wenn's günstig ist, kann man da zuschlagen. Eines der abgedrehtesten Spieler auf jeden Fall war dieses Jahr Deadpool. Deadpool ist absolut abgedreht. Einfach nur wahnsinnig abgedreht. Deadpool war schon immer so, wird auch immer so bleiben. Spiel war relativ okay, kann man sagen. Auch nichts Großartiges, aber es war sehr witzig. Und, ähm, auch hier, wenn's wirklich wenig kostet, definitiv zuschlagen. The Walking Dead 400 Days sollte so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen zu, ähm, The Walking Dead Staffel 2. Die ich vor kurzem auch noch gespielt hab. Bin ein bisschen enttäuscht über die Länge, denn es ging nur 1 Stunde 30. Normalerweise geht's halt 2 Stunden vielleicht ein bisschen drüber. Aber 1 Stunde 30 war wirklich schon relativ wenig für die Staffel 2. Aber 400 Days hat nochmal schön erzählt, ähm, wie das Ganze halt so fortgesetzt wird. Und ich bin gespannt, wie das Ganze so auch noch zusammenkommen wird. Werden wir auf jeden Fall sehen. Dann, das Spiel kam zwar nicht dieses Jahr aus, aber wir haben auch Heavy Rain gespielt. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool auf der PS3. Ich hab Heavy Rain noch nie gespielt gehabt und bin sofort darauf gekommen, wer der Killer war. Und ich weiß, die meisten Leute glauben mir das einfach nicht. Ähm, ist okay, wenn ihr's mir nicht glaubt, aber ich erzähl dir wirklich die Wahrheit. Ich hab Heavy Rain vorher noch nie gespielt gehabt, mir kein Walkthrough angeguckt. Aber es lag so auf der Hand, wer der Killer war. Das war so offensichtlich, fand ich, zum Schluss. Ähm, das ging gar nicht. Aber okay, dann haben wir auch noch Killzone 3 gespielt. Ähm, hab mir einfach gedacht, so vor Shadow Fall noch so ein bisschen Killzone reinbringen. Denn ich mag Killzone 3 wirklich sehr, sehr gerne. Payday 2 kam raus, da hab ich auch so eine nette kleine Gruppe gefunden, mit denen ich das gespielt hab. Ansonsten wär's ein bisschen langweilig alleine geworden. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Man kann da wirklich sich Strategien ausarbeiten und, ähm, so leise wie möglich vorgehen, damit man so viel Cash wie möglich kassieren kann bei den ganzen Überfällen. Das war wirklich eine sehr coole Sache. Und, ähm, ehrlich gesagt, hab ich's auch wirklich gern gespielt. Ich hätte vielleicht an der Beta teilnehmen sollen, was ich nicht gemacht hab. Ich glaub, wenn man das Spiel auf Steam vorbestellt hat, dann kam man in die Beta rein. Hätte ich machen sollen, denn ich hab von Payday 2 eigentlich nichts so wirklich erwartet. Und es ist doch ein ziemlich solides Spiel auf jeden Fall geworden. Nächstes Spiel ist DuckTales. DuckTales Remastered fand ich wirklich so cool. Da hat sich Capcom eine Menge Mühe gegeben. All die originalen, äh, die ganze Musik, die originale Musik wurde nochmal richtig schön geremastert. Die ganze Grafik und das Spiel ist definitiv ziemlich, ziemlich knifflig, wenn man so auf den höheren Schwierigkeitsgraden spielt. Denn, äh, ich muss sagen, wenn man wirklich Let's Plays macht und wirklich so viele Spiele spielt, wo man wirklich an die Hand genommen wird, und dann wird einem gesagt, geh da hin, geh da hin, geh da hin, dann kriegt man bei Spielen wie DuckTales absolute Probleme auf einmal. So nach dem Motto, oh mein Gott, das ist so schwer. Ja, das heißt, ich musste mich so ein bisschen hinsetzen und jetzt, ah, richtig durchbeißen. Das ist wirklich so komisch mittlerweile, denn, ihr kennt es vielleicht, die meisten Spiele sagen euch, geh da hin, geh da hin, mach dies, mach das. Und, ähm, das ist natürlich bei DuckTales jetzt nicht der Fall. Es ist 2D, es ist ein bisschen einfacher als die 3D-Spiele, ist klar. Aber es ist wirklich so knifflig, da muss man sich wirklich erst hinsetzen und, fuck yeah, durchziehen. Jetzt geht's los auf jeden Fall. Und, äh, das fehlt auf jeden Fall in Spielen. Und, ähm, ist ehrlich gesagt auch ein bisschen schade. DuckTales war aber richtig gut und das kann man auf Steam, jetzt sind auch gerade die Steam-Sales, unbedingt mal vorbeischauen. Ich hab da wieder eine Menge gekauft. Schande über mich, denn ich sag mir, jedes Mal, ich kauf da nichts und finde immer wieder was. Ähm, weil ich plane ehrlich gesagt voraus, denn manche Zeiten sind relativ trocken und die möchte ich natürlich mit coolen Spielen füllen. Und da ist die natürlich das Beste überhaupt, weil die Spiele sind super günstig und wenn man da zuschlägt, dann hat man's einfach. Okay, ähm, DuckTales definitiv zuschlagen, wenn's auch günstig ist. Ansonsten trotzdem zuschlagen, weil's einfach hammergeil ist. Saints Row 4, ich kann mit Saints Row 4 ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Ich fand Saints Row 3 sehr witzig, denn, ähm, das war das erste Saints Row, was so richtig einfach, ähm, halt witzig gestaltet wurde. Der zweite Teil, der war, meine ich, noch nicht so, der war ein bisschen ernster, meine ich noch, so richtig so GTA-Gangstermäßig und ein bisschen halt ernster. Ja, und, äh, der dritte Teil war schon richtig abgedreht, ihr könnt da so mit pinken, lila Dildos rumprügeln und, ähm, es ist einfach komplett abgedreht. Und ich finde, Saints Row 4 hat sich von einem DLC in ein volles Spiel auf jeden Fall entwickelt. Denn, es fühlt sich so an wie Saints Row 3 und durch diese ganzen Sachen mit diesem, äh, Rennen und was nicht alles, ich weiß nicht, was die genauen Beweggründe waren, der Entwickler. Warum die das, ähm, halt als Vollpreisspiel rausgebracht haben. Denn es fühlt sich an wie ein DLC, meiner Meinung nach, und nicht wie ein Vollpreisspiel. Ich konnte ehrlich gesagt mit Saints Row 4 nicht so wirklich viel anfangen. Ähm, Splinter Cell Blacklist, damit konnte ich aber schon viel, viel mehr anfangen. Ich hab mir, bevor ich das Spiel gestartet hab, eine neue Grafikkarte geholt, und zwar die GTX 780. Und, ähm, es ist wirklich der Wahnsinn gewesen, wie ruckelfrei plötzlich alles sieht. Ich war das gar nicht gewohnt. Ich hatte vorher eine Radeon, äh, 6950 drin. Und die hat das Spiel nicht wirklich flüssig dargestellt. Und ich so, fuck it. Da muss eine gute Grafikkarte auf jeden Fall rein. Und ich wurde nicht enttäuscht, die GTX 780 geht so ab. Das ist ein absolutes Monsterteil. Und, äh, bin auch wirklich froh darüber, dass ich mir die Grafikkarte geholt hab. Denn ansonsten wäre das jetzt plain in einer Ruckelorgie geendet. Und das konnte ich einfach nicht zulassen. Aber Splinter Cell Blacklist Mix genauso wie Conviction, wie da, ähm, Action und Stealth. Und ich find, das macht das Spiel auch relativ gut, muss ich sagen. Man hat wirklich sehr viele Vorgehensweisen, wie man den Gegner ausschalten möchte. Ihr könnt natürlich zwischen dem Soul, Panther und, äh, Ghost-Steel hin und her wechseln. Das heißt, wenn ihr im Panther-Steel geht, dann, äh, schaltet ihr die lautlos aus. Ähm, dann gibt's hier ne Soul-Steel, geht ihr ballert mit Granaten rein und Shotguns und so. Und natürlich der Ghost-Steel, äh, wo ihr komplett am Gegner eigentlich komplett vorbeischleicht, meine ich. Oder den halt einfach ein bisschen würgt, aber halt nicht killt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Äh, es war auf jeden Fall cool. Ich find Blacklist gar nicht mal so übel. Ähm, mochte aber ehrlich gesagt die ersten Splinter Cell-Teile so ein bisschen mehr mit dem Schleichen. Denn, dass die Action da eingebunden wird, ist natürlich wieder klar. Man will natürlich mehr verkaufen und, ähm, nicht so viele Leute haben Geduld für solche Spiele. Und wenn man von Action liest, äh, da sind die meisten direkt dabei. Meine, äh, Meinung dazu einfach. Okay, nächstes Spiel. XCOM Declassified. Auch nicht meine Kragenweite, um eigentlich zu sein. Ich mochte das Spiel nicht so wirklich. Hab mir aber gedacht, dass es ziemlich cool wird. Aber, äh, auch so ein bisschen durchwachsen. Definitiv nicht, äh, das, was ich so erwartet hab. Es ist ein Third-Person-Shooter. Ähm, spielt eben im XCOM-Universum mehr oder weniger. Aber irgendwie in den 50er, 60er Jahren ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht auch 20, 30er, ich weiß nicht mehr. Ähm, sehr cool auf jeden Fall. Der als Third-Person-Shooter, aber ich bevorzuge doch XCOM Enemy Unknown. So richtig strategisch. Das find ich wirklich, wirklich cool. Okay, Lost Planet 3. Lost Planet 3, ach, auch nicht so gut. Capcom, äh, steckt dahinter. Und, ähm, hat nichts mehr mit den alten Lost-Planet-Teilen zu tun. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Aber Lost Planet 3, nee, stinkt ehrlich gesagt, muss ich sagen. Wenn Leute Spaß daran haben, oh mein Gott, spielt es. Aber meine Meinung dazu ist, dass das Spiel nicht wirklich, wirklich gut ist. Kommen wir jetzt zu einem Spiel. Ähm, was ich ehrlich gesagt erst gar nicht spielen wollte. Hab mich aber doch umentschieden. Outlast. Hab so ein bisschen mit dem Webcam gespielt. Nicht so gruselig. Ein paar Sachen fand ich relativ eklig in dem Spiel. Aber nicht so wirklich, dass es sich, dass euch das jetzt irgendwie aus den Schuhen komplett haut. Denn, äh, so gruselig war Outlast, fand ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ein cooles Spiel kann man sich holen, wenn es irgendwie 5 Euro bei Steam gerade ist. Vielleicht ist es das sogar. Kann man hier definitiv zuschlagen. Okay, Battlefield 4. Battlefield 4 fand ich wirklich super cool. Der Multiplayer-Modus war eine Granate. Der Einzelspieler-Modus, boah, nicht wirklich toll. Äh, der Multiplayer hat mich wirklich sehr in den Bann gerissen. Ich finde, was Waffen angeht und so, fühlt sich das eine Menge, Menge besser an als Battlefield 3. Das fand ich wirklich sehr cool. Also, Battlefield 4 kann man auch zuschlagen, was Multiplayer angeht. Wer es für den Singleplayer kauft, vergesst es auf jeden Fall. Ähm, war nicht so wirklich tolles Singleplayer-Multiplayer, aber top. The Wolf Among Us. Ein weiteres Spiel von Telltale Games. Ähm, die füllen das Action-Adventure-Genre wie verrückt. Und ich liebe diese Leute dafür. The Walking Dead ist der absolute Hammer. The Wolf Among Us erzählt so eine Geschichte um so einen Detektiv. Und, ähm, es ist wirklich krass, um ehrlich zu sein. Ich hab natürlich diese ganze Serie schon gekauft und bin gespannt, wann der nächste Teil dazu rauskommt. Und, top, auf jeden Fall. Ähm, Telltale Games hat natürlich noch viel, viel mehr am Start. Wie, ähm, wie ist das nochmal? Tales from the Borderlands, Game of Thrones machen die bald. Und, äh, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Nächste Spiel ist natürlich Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts ist, ähm, meiner Meinung nach das schlechteste Call of Duty, was je gemacht worden ist. Denn, ähm, Multiplayer fühlt sich nicht so toll an. Singleplayer fühlt sich irgendwie hingeklatscht an. Natürlich wieder over the top, Action, 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 alles explodiert und was nicht alles. Aber, das war von meiner Meinung nach das schlechteste Call of Duty, was die je, je, je gemacht haben. Und die haben so die Werbetrommel dafür irgendwie gerührt. Äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht so wirklich toll. Soll, jetzt kommen wir zu einem Spiel, was ich so cool finde. Ich hab's ein bisschen länger nicht mehr gespielt, weil, ähm, es kam wirklich die, äh, die Hölle raus Ende des Jahres mal wieder. Killer Instinct ist ein super tolles Beat'em-up. Denn, ähm, ich hab das gar nicht so in den 90ern verfolgt, aber seit es auf Xbox One rausgekommen ist, oh mein Gott. Mit Saberwolf richtig drauf oder mit, äh, Jago macht richtig viel Spaß. 20 Euro kostet es nur, also hier kann man definitiv zuschlagen. Killer Instinct macht eine Menge, Menge Spaß. Okay, das waren jetzt so erstmal die Spiele, die ich, ähm, so bei Steam und Origin gekauft hab. Ich glaub, ich hab jetzt vergessen, über Crysis 3 zu reden. Machen wir das nochmal ganz schnell. Crysis 3 mit dem Bogen, relativ cool. Ich hatte damals noch meine alte Grafikkarte. Eigentlich kann ich die euch mal eben zeigen, Moment. Okay, hier ist meine alte Grafikkarte. Das ist die Radeon 6950. Die hatte ich wirklich jetzt, ähm, was will ich mal überlegen. Ja, drei Jahre hatte ich die drin. Die war auch relativ cool anfangs noch. Und, äh, ja, dann brauchte ich einfach ein bisschen mehr Power. Und dann kam die GTX 780 im Spiel. Die kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen. Die steckt natürlich im PC. Äh, die Grafikkarte war relativ in Ordnung. Aber man kann definitiv für besseres Geld eine bessere Grafikkarte als diese hier kaufen. War einfach Zeit abzugraden. Und bei Crysis 3 hab ich's auf jeden Fall schon gemerkt. Ich hab das Let's Play und den Multiplayer noch mit dieser Grafikkarte durchgezogen. Musste natürlich ein bisschen an der Grafik schrauben. War aber nicht weiter schlimm. Die Grafik sah auch auf mittleren Details ziemlich cool aus. Aber ich hab's jetzt mit der GTX 780 probiert. Und, ähm, das spürt sieht Bombe aus. Es läuft zwar in 30 Frames, aber ich hab alles hochgeballert. Es sieht wirklich fantastisch aus. Für 60 Frames, da brauchte man garantiert irgendwie zwei, drei Grafikkarten von der 780. Das ist es mir auf gar keinen Fall wert. Und so viel Geld würde ich nie im Leben dafür investieren. Das ist es, äh, viel, 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 viel zu teuer. Ja, aber Crysis 3 war von der Story her okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Knüpft so ein bisschen am zweiten Teil von Crysis an.